Servus Leute, wir sind heute bei Edeka in Feuerbach. Hier haben wir zwei Liste, wir fahren jetzt mal mit einem runter zum Edeka. Jetzt sind wir da im Jahr 1985. So ging der Diet wieder auf. Wir haben draußen doppelt gedrückt und dann ging es glorisch nach. So sieht übrigens das Display aus. Es ist halt ein alter Lüfter. Ist jetzt nicht der Beste. So sieht es gut schon.